Guten Tag, Freunde! Wir beginnen den 3. Urok, Grammatik im Gespräch A2. Nöcher Thema ist heute Interrogativ und Demonstrativ. Das Auto ist schön! Welches Auto meinst du? Die Jacke ist schick. Welche Jacke meinst du? Der Mantel ist elegant. Welchen Mantel meinst du? Die Hose ist bequem. Welche Hose meinst du? Die Schuhe sind teuer. Welche Schuhe meinst du? Der Park ist groß. Welchen Park meinst du? Welchen Park meinst du? Das Bild ist interessant. Welchen Park meinst du? Welchen Park meinst du? Die Disco ist gut. Welche Disco meinst du? Die Blumen sind schön. Welche Blumen meinst du?